Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem wunschgetreuen YouTube-Kanal. Mein Name ist Chris und das hier ist der Philips Essential Air Fryer XL HD 9270. Diese Eisluftfritteuse ist schon ein bisschen älter, wird aber nach wie vor viel bei Amazon gekauft und genau das ist auch der Grund, warum sie jetzt hier steht. Wir wollten nämlich wissen, ob sich das Gerät auch heute noch lohnt und haben es daher einmal für euch durchgetestet. Und alles, was wir rausgefunden haben, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Also bleibt einfach dran, wir starten mit einem kurzen Überblick zum Produkt. Die Philips kommt mit einer Leistung von 2000 Watt und soll über ein Fassungsvermögen von 6,2 Litern verfügen. Wie schon beim Schwestergerät HD 9280 bin ich da aber skeptisch. Es sieht auf jeden Fall deutlich kleiner aus und wir hatten da damals auch mal nachgemessen. Also ich würde zur Sicherheit mal 1 Liter abziehen. Entsprechend wäre ich auch ein bisschen vorsichtig bei der Anzahl der Portionen. Laut Hersteller soll man hier 5 Portionen in dem Gerät herstellen können. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich würde sagen, macht mal lieber so 3 draus. Dass wir hier ein bisschen kleiner unterwegs sind, hat natürlich an anderer Stelle wieder Vorteile, nämlich bei den Abmessungen. Hier haben wir in Höhe und Breite 30 x 30 cm gemessen und in der Tiefe 39 cm. Dadurch, dass wir hier ein bisschen kleiner unterwegs sind, lässt sich das Gerät natürlich gut unterkriegen. Und dazu kommt, wir haben unten drunter auch noch Transportgriffe. Dadurch lässt sich das Gerät auch leicht wegstellen, wenn man das nicht die ganze Zeit in der Küche stehen haben möchte. Und dann haben wir noch ein paar Antirutschfüße unten drunter. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Etwas schade finde ich die Kabellänge. Die ist meiner Meinung nach mit ca. 80 cm etwas kurz. Das hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können. Und zum Abschluss von unserem kleinen Überblick noch ein bisschen was zum Zubehör. Mit dabei ist einmal die Wanne und der Garkorb. Und das war es dann auch schon. Mehr ist nicht dabei. Immerhin über die NutriU bzw. Home ID App finde ich ganz, ganz viele Rezepte und auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen dafür. Das ist schon mal ganz gut. Was leider nicht mit integriert ist, ist eine App-Fernsteuerung. Das hat dagegen das baugleiche Schwestergerät, die HD 9280. Übrigens, wenn euch das Produkt interessiert, dann schaut mal unter dem Video in die Beschreibung. Dort haben wir es für euch verlinkt. Auch die HD 9280 mit der App-Fernsteuerung packen wir euch da mit rein. Und ansonsten kommen wir jetzt zum Wesentlichen, nämlich zu unserem Praxistest. Und starten möchte ich hier ganz gerne mit der Bedienung. Und das Erste, was auffällt, ist tatsächlich das alte Touch-Display, was hier verbaut wurde. Das bedient sich tatsächlich ein bisschen schlechter als neue Geräte. Und wirkt auch so ein bisschen altbacken, möchte ich mal sagen. Zudem tappt man gelegentlich auch mal daneben. Also die Druckpunkte sind nicht immer ganz so perfekt gesetzt. Aber im Großen und Ganzen kommt man auch heute noch ganz gut zurecht. Okay, schauen wir mal in die konkrete Bedienung rein. Da ist es so, dass sich die Temperatur von 60 bis 200 Grad in 5 Grad Schritten einstellen lässt. Und die Zeit bis 60 Minuten hoch in 1 Minuten Schritten. Und wenn man da gedrückt hält, dann skippt das auch, so wie bei modernen Geräten, damit man nicht so lange warten muss. Weiter stehen hier insgesamt 8 Presets inklusive Warmhalten zur Verfügung. Das ist jetzt auch nicht viel anders als bei modernen Geräten. Und zur Auswahl des gewünschten Presets kann man sich einfach über die Menü-Taste durchklicken. Was die Menüführung angeht, ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass Zeit und Temperatur nicht gleichzeitig angezeigt werden. Da muss man dann immer so ein bisschen warten, bis das umspringt. Das nervt ein bisschen. Und natürlich, dass man hier keine App-Steuerung hat, aber dafür gibt es ja die HD 9280. Okay, kommen wir zu den Kochergebnissen. Das ist ja auch das Wichtigste, wenn es um diese Geräte geht. Und hier haben wir angefangen mit dem Klassiker, nämlich mit den Pommes. Und die sind in dem Gerät auch tatsächlich ganz gut geworden. Außen knusprig, innen zart, sehr kartoffelig. Etwas vorsichtig muss man sein, dass sie nicht zu trocken werden. Das ist aber in diesen Geräten immer so. Und wenn man da ein bisschen aufpasst, dann kriegt man auch ein gutes, schmackhaftes Ergebnis raus. Und das Gleiche gilt auch für die Chicken Nuggets. Neu mit dabei sind bei uns die Kartoffelspalten. Einfach, um nochmal ein frisches Kartoffelprodukt mit dabei zu haben. Und hier hatten wir ein gutes, gleichmäßiges Ergebnis. Außen schön knusprig, innen durch und gleichzeitig fluffig und kartoffelig. Also das war alles gut. Und ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, optisch war das auch sehr ansprechend. Ebenfalls neu mit dabei sind die Aufbackbrötchen. Auch das wollen die Menschen immer mehr in diesen Geräten machen. Deswegen machen wir das auch immer nochmal mit. Und die wurden bei uns perfekt aufgebacken. Außen goldgelb, innen heiß und fluffig. Und ja, das haben wir auch nochmal getestet. Wir haben die nochmal aufgemacht und geguckt, ob das innen auch in Ordnung war. So, und dann haben wir noch einen weiteren Klassiker mit dabei. Und das sind die Chicken Wings. Hier hatten wir ein optisch sehr schönes Ergebnis. Alles war durchgegart und geschmacklich gut. Also auch hier gab es nichts zu meckern. So, und dann backen wir auch immer nochmal ein paar Muffins in den Geräten auf. Und auch hier hat sich die Philips ganz gut geschlagen. Außen schön aufgebacken und schöne Farbe. Innen fluffig und durch. Das war alles gut. Ja, und dann stellt sich jetzt natürlich die große Frage, sind die Kochergebnisse in modernen Geräten nun besser als in so einem etwas älteren Gerät? Und das haben wir natürlich jetzt in dem Zuge eben ein bisschen beobachtet. Und die Antwort ist, ja, sie sind ein bisschen besser. Also grundsätzlich kann man sagen, die Technik hat sich ein bisschen entwickelt und die moderneren Geräte machen das Essen ein bisschen knuspriger, ein bisschen gleichmäßiger, ein bisschen schneller. Aber man muss auch sagen, Welten sind das jetzt nicht. Also man kann das im Grunde genommen schon dadurch ausgleichen, dass man einfach ein, zwei Mal mehr wendet und das Essen vielleicht ein kleines bisschen länger drin lässt. Trotz allem kann man sagen, die Kochergebnisse waren im Großen und Ganzen gut. Ich denke, das hat man auch gesehen. Also das heißt, man kommt auch heute noch mit dem Gerät ganz gut zurecht. Kommen wir nun zum Handling. Und auch hier zeigt sich, dass es ein bisschen älteres System ist. Wir haben hier noch die Schutzkappe für den Garkorbauslass. Sowas sieht man immer weniger. Damals war das aber noch sehr verbreitet. Und auch wenn man sich den Rest so ein bisschen anguckt, dann sieht man da ein paar Punkte, die einen so ein bisschen stören können. Und einer dieser Punkte ist die Schublade mit dem Garkorb da drin. Hier ist es nämlich so, dass wenn ich die Schublade hochnehme, dann geht der Rand des Garkorbs hinten nach oben und zwar über den Rand der Wanne. Und das sorgt dafür, dass man hier oben beim Reinstecken sich gerne mal Kratzer reinmacht. Das ist natürlich nicht so schön. Aber im Großen und Ganzen muss man auch sagen, man gewöhnt sich so ein bisschen da dran, um ehrlich zu sein. Also wenn man das einfach öfter mal bedient, dann passt man da schon für auf. Dann passiert das nicht mehr so oft. Ist aber natürlich so ein kleiner Abzug in der B-Note. Nächster Punkt ist die Wanne. Die solltet ihr nicht mehr als ein bis zwei Zentimeter mit Flüssigkeit füllen, denn ab der untersten Schraubenreihe leckt es sonst. Scheinbar sind die Schrauben nicht ganz dicht. Und ich glaube, das müssen sie auch nicht sein, denn für gewöhnlich nimmt man so eine Airfryer-Wanne nicht und macht die bis oben hin mit Wasser voll. Aber wenn man jetzt etwas kocht, was ein bisschen mehr Flüssigkeit abgibt und das trieft dann unten in die Wanne, dann sollte man das schon wissen, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Und noch ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, vor allem im Vergleich zu neueren Geräten, ist, dass die Lade relativ schwer ist. Also das heißt, wenn ihr die jetzt rausholt und ihr wollt euer Essen wenden, also shaken damit, dann braucht ihr schon ein bisschen Kraft und das solltet ihr natürlich berücksichtigen. So, und dann gibt es aber auch noch ein paar Punkte, wo ich sagen muss, Mensch, das hat das alte Gerät echt gut gemacht. Das macht es auch heute noch gut und da ist es auch heute noch im Vergleich zu modernen Airfryern häufig besser. Und der erste Punkt ist die Lautstärke. Die liegt bei diesem Gerät bei um die 50, 55 Dezibel, wie auch schon bei der HD 9280. Also ein sehr leises Gerät, grundsätzlich auch ein sehr angenehmes Geräusch. Für Philips üblich haben wir so dieses rasselige Geräusch da manchmal mit drin, aber grundsätzlich muss man sagen, sehr angenehm. Auch sehr gut macht sich das Gerät in Sachen Hitzemanagement. Ich gehe das einmal mit euch durch. Der Griff bleibt kühl, das Display bleibt kühl, die Lade ist gut abgeschirmt, anders als bei vielen anderen auch modernen Geräten. Also hier verbrennt man sich auch nicht so leicht die Finger. Der Rest des Gerätes macht das auch ganz gut. Wird, ich sage mal, bestenfalls sehr warm. Und eigentlich muss man nur ein bisschen aufpassen, hinten am Lüftungsschlitz, da kommt natürlich heiße Luft raus. Die wird allerdings nach oben abgeleitet. Also auch hier ganz gut geregelt. Auch in Sachen Verarbeitung macht das Gerät einen ganz guten Eindruck. Spaltmaße sind kaum ein Thema. Im Großen und Ganzen passt alles ganz gut zusammen und wirkt stimmig. Das Display ist gut eingefasst und wirkt ebenfalls ganz gut verarbeitet. Der glatte Kunststoff macht ebenfalls einen guten Eindruck. Also das passt alles soweit. Einzig die Schutzkappe hier für den Garkorbauslass, die wirkt ein bisschen wackelig. Aber unterm Strich muss man sagen, hat man hier ein ganz gut verarbeitetes Gerät. Kommen wir abschließend noch zum Punkt Reinigung. Und hier muss man sagen, kann die Philips auch mit modernen Geräten ganz gut mithalten. Das Zubehör ist komplett spülmaschinenfest. Das ist erstmal die wichtigste Botschaft, denn damit spart man unheimlich viel Zeit. Und was die Spülmaschinen-Ergebnisse angeht, sahen die auch soweit ganz gut aus. Keine wesentlichen Rückstände in Wanne oder Korb. Also da waren wir ganz zufrieden. Okay, kommen wir nun zum Fazit und zur wesentlichen Frage, nämlich lohnt die HD9270 auch heute noch? Und was soll ich sagen? Bedienung, Kochergebnisse und Handling haben uns gezeigt, dass neuere Geräte durchaus besser sein können. Aber schauen wir mal auf das Wesentliche, nämlich die Kochergebnisse, also die Kernfunktion, dann sieht man ebenso, dass der Unterschied jetzt nicht gerade riesig ist, sondern eher ziemlich klein. Und wenn man ehrlich ist, kann man auch mit ein paar abstrichenen Bedienungen und Handling sich eigentlich arrangieren. Jedoch meiner Meinung nach nicht für den vollen Preis. Da würde ich dann doch eher zu einem neueren Gerät greifen. Aber passenderweise sehe ich die HD9270 mittlerweile immer wieder im Angebot. Also da wird scheinbar schon darauf reagiert, dass das Gerät nicht mehr das neueste vom neuen ist. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da würde ich mir das dann schon überlegen. Wenn ich hier so ein Markengerät schießen kann, für sagen wir mal irgendwas um die 100 Euro, dann würde ich die paar Abstriche, glaube ich, in Kauf nehmen. Auf jeden Fall ist das Gerät auch heute noch gut genug, dass man damit anständig arbeiten kann. Und ich sage mal so, wenn der Preis stimmt, dann kann man da meiner Meinung nach auch zugreifen. Und in diesem Sinne, wenn euch das Produkt interessiert, dann schaut mal unter dem Video in die Beschreibung. Dort haben wir es für euch verlinkt. Und falls ihr euch noch überhaupt nicht sicher seid, welches Gerät das richtige für euch ist, dann schaut mal in dieses Video hier rein. Da haben wir verschiedene Heißluftfritteusen miteinander verglichen. Und ich bin sicher, da findet ihr das Richtige. Und ich bin sicher, da findet ihr das Richtige.